Sie sind zu spät. In meinem Kulturkreis bedeutet Pünktlichkeit noch etwas. Entschuldigung. Ist das ein Befehl? Ich entschuldige mich. Man kann sich nicht selbst entschuldigen. Sie können nur darum bitten, wissen Sie das nicht? Diesmal ist es wirklich ernst. Hältst dich nicht an den Lehrplan? Demütigst Studierende? Hör auf zu grinsen! Der Disziplinarausschuss, du bist vorgeladen. Die kleine Araberin, die du unter Beschluss genommen hast, du wirst sie auf den Debattierwettbewerb vorbereiten. Gibt es nicht irgendwie einen anderen Randgruppenstudenten? Ein ganz fleißiger Chinese zum Beispiel? Warum wollen Sie mir helfen? Ich verstehe es nicht. Die wichtigste Fähigkeit in Ihrem Leben wird es sein, andere zu überzeugen. Recht bekommen. Wissen Sie was? Ich mag Sie nicht. Sagen Sie nicht, ich mag Sie nicht. Das hat keine Schlagkraft. Sagen Sie, Sie haben nichts an sich, was man mögen könnte. Da stehe ich nun, ich armer Thor. Lauter! Wollen Sie irgendwie lustig sein? Ja. Dann lassen Sie das in Zukunft. Ich will aber nicht ohne Humor. Na gut, aber Sie sind Contra. Du machst es doch nicht für ihn. Du machst es für dich. Du gehst nicht mehr zur Arbeit, du hilfst uns auf sonst nichts und jetzt bedrohst du jemanden mit einem Schlagring? Tolles Studium, ne? Da denkst du, du bist was Besseres. Aber wenn, dann wirst du eh nichts damit. Mann! Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage. Die ganze Wahrheit. Auch wenn ich lügen werde, wie getrocknet. Die Übung ist folgende. Sie sind Dietmar Bohlen. Dieter. Richtig, Dieter. Ich bin sicher nicht Dieter Bohlen. Doch, das sind die Spielregeln und ich darf das bestimmen. Dann sind Sie Bushido. Was ist ein Bushido?